Und ich bin ununterbrochen unterwegs und tue unterbrochen Zweifeln. Ja, das will ich. Das will ich. Das schaue ich mir an. Denn ich habe absolut immer wieder das Gefühl, dass mich etwas beseelt, das nicht von dieser Welt ist. Und natürlich manchmal, du kleiner Scheißer, ja, was soll ich machen? Aber dort will ich ran. Manchmal ist es zu ekstatisch, manchmal zu explosiv. Aber anders ist es nicht. Denn Kunst kommt aus dem Feuer. Wo soll es denn sonst herkommen? Lassen Sie mich trotzdem noch ein Thema da weiter vertiefen. Und zwar, indem wir uns gemeinsam etwas anschauen. Sie haben unter anderem den Mephisto gespielt im Oscar-preisgekrönten Film Mephisto. Die Verfilmung des Romans Mephisto von Klaus Mann ist Franz Zabo. Und in dieser Verfilmung spielen Sie Hendrik Höfgen. Ein Schauspieler, der eine grossartige Karriere hinlegt. Aus Karrieresuchten stückweit auch sich verführen lässt von den Nazis. Er wehrt sich zwar zuerst gegen das Regime, aber immer mehr lässt er sich einlullen und profitiert von diesem Regime, um eben diese Karriere machen zu können. Und am Ende dieses grossartigen Films betritt der Ministerpräsident gemeinsam mit diesem Schauspieler das Olympiastadion. Und er wird durch das Stadion gejagt, verfolgt von einem Lichtkegel. Und diese Szene möchte ich mit Ihnen anschauen. Na, Öfke, wie ist es, in diesem Licht zu sein? Das ist das echte Licht, nicht wahr! Das ist das, was ich nicht wahr! Was wollen die von mir? Was wollen die? Ich bin doch nur Schauspieler. Ich bin doch nur Schauspieler, Herr Brandauer. Das ist sozusagen die Rechtfertigung zuletzt. Gilt das? Ich bin nur Schauspieler? Überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht für mich. Hinter einem Beruf kann man sich nicht verstecken. Darum habe ich ja so ungern, wenn ich immer als Schauspieler angesprochen werde, das bin ich. Das bin ich ja natürlich. Das ist meine Profession, das ist meine Leidenschaft. Aber das Wichtigste, was man sein kann, ist ein Mitglied in der Gesellschaft, in der man lebt. Und wenn es geht und wenn Sie Mumm haben und wenn Sie auch was gedacht haben und sich informiert haben, dass Sie Ihre Stimme erheben. Deshalb müssen Sie nicht Nationalratsabgeordneter werden und auch nicht Bürgermeister. Aber es geht nicht zu sagen, ich interessiere mich nicht für Politik. Das ist ein sehr politisches Statement, der Satz, ich interessiere mich nicht für Politik, aber ein saublödes. Das bedeutet, dass Sie sich nämlich ausschließen aus der Gemeinschaft. Aber es ist wichtig, sich zu überlegen, wird ein grünes Bankerl aufgestellt im Kriegerpark oder ein rotes oder ein blaues und so weiter. Und wenn Sie nicht wollen, dass eins aufgestellt wird, das Sie nicht möchten, dann müssen Sie es einfach sagen. Sie können natürlich überstimmt werden. Das heißt, hinter einem Beruf, wie das ja im Dritten Reich sehr oft geschehen ist, ich habe nur meine Pflicht getan und so weiter. Darum sagt das ja auch der Höfgen. Das ist seine Ausrede. Es ist aber keine Ausrede. Das ist das Aufregende. Das Pendant von diesem Henrik Höfgen. Ich will jetzt die Schlüsselfigur jetzt nicht bemühen, weil es handelt sich natürlich um eine Schlüsselfigur. Aber es muss der Mann, der da das Vorbild war, weil er zufällig von Klaus Mann, der Geliebte war über Jahre, das ist ja wie in einer Ehe gewesen. Das war ein homosexuelles Pärchen eine Zeit lang. Und es ist auch alles in Ordnung. Darum hat man in diesem Roman das Gefühl, hier wird auch schmutzige Wäsche einer Zweierbeziehung berichtet. Ich finde es wohltuend, dass der Film von Istvan Sabo gezeigt hat, dass ein Mördersystem in Deutschland und auch in Teilen von Europa an der Macht war. Deshalb konnte ich mir erlauben, alles zu tun, zu versuchen, diesen Herrn Höfgen verständlich zu machen. Dass man sagen kann, ja, das hätten wir eigentlich... Schauen Sie, eines Tages wird es vielleicht einen Moment geben. Ich habe das Beispiel mit unserem Haus, und das soll also überrannt werden, und die Leute sollen umgebracht werden, gesagt, wird es vielleicht einen Moment geben, wo ich sage, ja, jetzt haben wir keine andere Möglichkeit mehr. Aber wir brauchen den Moment mindestens. Dort müssen wir hinkommen. Wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Aber hinter einem Beruf sich zu verstecken, ist ausgeschlossen. Mich interessiert dieses Moment der Frage, kann man sich hinter etwas verstecken? Sie haben ja in Ihrer ganzen Karriere auffallend oft Bösewichte gespielt oder zwielichtige Figuren. Und man kann sich ja schon fragen, gibt es eigentlich das an sich Böse in einem Menschen, oder werden diese Figuren immer irgendwie korrumpiert durch ein System? In diesem Fall ist es ja sozusagen die Nazi-Herrschaft. Man kann sich nicht dahinter verstecken, dass man sagt, das war gar nicht ich, das war nur meine Umgebung. Aber trotzdem stellt sich doch die Frage, inwiefern sind Menschen eigentlich an sich böse und inwiefern ist es immer das System, das sie korrumpiert? Also das System allein kann es ja natürlich nicht sein. Das ist ja vollkommen klar. Das meine ich ja damit. Vielleicht können wir es woanders abwälzen, dass wir grundsätzlich böse sind. Also ich glaube, jeder, der böse ist und abgrund dem Böse und schrecklich Böse, der ist krank. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das von der Natur gewollt ist. Und wenn es von der Natur gewollt ist, dann sind wir ein Betriebsunfall der Natur. Also Hitler war krank? Ich nehme an. Also ich meine, deshalb ist er trotzdem verantwortlich für alles. Aber es kann doch nicht sein, dass jemand, und vor allen Dingen, viel wichtiger ist ja noch, dass man diesem einen noch qua Wahlen die Chance gibt zu regieren. Der ist ja nicht an die Macht gekommen durch einen Umsturz. Wir wollen aber diesen, ich bin nicht jetzt 80 oder 90 Jahre nach Hitler gegen Hitler. Das ist mir zu einfach, ja. Sondern ich bin grundsätzlich für demokratische Verhältnisse in jedem Land. Und überall dort, wo nur ein Eizel davon abgestrichen werden soll, sollen sich die Leute sehr, sehr rühren und nicht einfach mitgehen. Demokratie muss eigentlich stündlich, ja sekündlich kontrolliert werden vom Volk. Wir tragen eine große Mitschuld, wir alle. Dass unser Interesse manchmal auch nur so weit geht bis zur eigenen Futterkrippe, ja. Und ich kritisiere das zunächst mal überhaupt nicht. Ich möchte nur ins Bewusstsein rufen, durch meine Arbeit, wenn ich ein Professor für Politologie wäre oder irgendwas, würde ich es vielleicht anders versuchen, ja. Wenn ich vielleicht beim Militär wäre, würde ich sagen, schaffen wir es ab. Aber wie kriegen wir das hin? Dann haben wir unsere Uniforme nicht mehr. Sprechen wir über Ihre Arbeit. Sie sind seit 50 Jahren auf der Bühne und im Film. Eine lange Zeit. Sie haben unendlich viele verschiedene Rollen gespielt. Wie schlüpft man in eine Rolle? Weiss ich nicht genau. Sie lesen einen Text und haben Fertigkeiten, das zu entschlüsseln. Und stellen sich etwas vor und denken, das Ziel wäre, dass wir das vor Leuten aufführen. Oder ich vorlese, wenn ich einen Leseabend mache oder mit anderen Freunden am Theater aufführe. Und schauen, dass wir während dieser Zeit, solche Stoffe muss man sich natürlich aussuchen, was lernen. Ja, dass wir eine Freude dabei haben. Und dann, wenn wir draufgekommen sind, das hat uns interessiert, müssen wir hoffen, dass die, denen wir es zeigen, auch was damit anfangen können. Und das ist die Hohl- und die Bringschuld des Theaters. Und um mehr geht es überhaupt nicht. Aber wenn Sie in eine Rolle reinschlüpfen, werden Sie dann irgendwie ähnlich wie diese Figur? Also sind Sie im Moment, in dem Sie Julius Cäsar spielen, haben Sie den Eindruck, Sie werden selber ermordet werden? Also die Vorstellungskraft oder die Einfühlungskraft in Figuren, in Themen, die muss jeder für sich selber beantworten. Man kommt sehr früh drauf, dass man in der Lage ist, mit Leuten mitzuleiten besser als manche andere, mit Leuten mitzulachen besser als andere andere. Und dass man es auch noch gerne manchmal etwas deutlicher macht, dass sie es also irgendwie zeigen können. Und dass sie etwas haben, was man ein Zeige- oder ein Spieltrieb nennen. Und deshalb bin ich immer dafür, dass wir, die wir in diesem ungefähren Leben, die Künstler, nicht immer ernst genommen werden, sondern in der Sache ernst. Aber nicht immer in unseren Postulaten, weil wir natürlich über unausgegorene Dinge da ansprechen. Es werden sehr viele Leute, die keine Schauspieler sind, keine Künstler sind, beraten, über ihre Dinge zu überlegen, ob es schon ausgegoren oder nicht. Unsere sind es auf keinen Fall. Es ist ein Moment, in dem wir da sind und etwas hinschmeißen. Und jetzt machen Sie was draus. Wir glauben, es ist was da. Und wenn das fad ist, zwei Stunden, die hersten Gedanken, dann haben wir gar keine Chance. Sondern es muss selbstverständlich, und das macht es. Also der Zuschauer muss auch bereit sein, sich darauf einzulassen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, und seine Aufgabe ist, uns dabei zu beflügeln. Es gibt Abende, in denen von unten nichts kommt, folglich kommt auch von oben nichts. Außer, dass wir genau dasselbe machen wie am Tag vorher. Nur es kommt irgendwie zu nichts. Jetzt kann es sein, dass ich mal schaue und Sie halt ein bisschen aufwecke. Oder Sie uns. Sehe ich aus, als würde ich einschlafen? Sie nicht. Noch nicht. Noch nicht? Ich schlafe hier überhaupt nicht ein. Ich würde gerne von Ihnen wissen, können Sie denn alles spielen? Das ist doch vollkommen wurscht. Ich weiss nicht mal, ob ich das, was ich gespielt habe, spielen kann. Und Sie sagen, ich habe dauernd Bösewächter oder wieder gespielt. Hamlet ist viel schlimmerer, mehrfacher Mörder als der Richard III., aber er ist auch ein sensibler Mann, der dauernd denkt und von der Gedankensblässe angekränkt. Nein! Er ist ein größerer Mörder als der Richard III. Gut. Ist in Ordnung. Also so missverständlich ist das Ganze. Wir werden ja nicht die Toten zählen, sondern darum geht es überhaupt nicht. Ich habe, wie ich draufgekommen bin, ein ziemliches Einfühlungsvermögen und manchmal gelingt mir etwas, auch für mich selber überraschend und erschreckend hinzubekommen. Das ist nicht jeden Abend gleich, aber das Ziel ist so. Und dazu brauche ich Publikum, das mich auch beflügeln kann. Ohne Publikum ist es ein bisschen schwerer, obwohl ich auch bei Büchern manchmal sage, wieso hast du jetzt da gelacht, dabei habe ich nur ein Buch gelesen, weil es mir, weil es so lustig war oder ich lege es weg, weil man es eigentlich nicht mehr ertragen kann, was da steht. Es gibt ja von Kleiss diesen Text übers Marionettentheater und da streicht er heraus, dass der anmutige Tänzer eigentlich derjenige ist, der vergisst, dass er spielt. Der will nicht überzeugen, sondern er vergisst sich eigentlich im Spiel. Ist das im Schauspiel auch so, wenn Sie auf der Bühne stehen und ganz in einer Rolle drin sind, vergessen Sie dann, dass Sie spielen? Es gibt Schauspieler und Musiker und alle Arten von Berufsgattungen, auch in den Ausdrucksmöglichkeiten und es gibt spezielle Künstler. Künstler aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist Persönlichkeit zu wenig und Charisma zu viel oder vielleicht ist Charisma genau das Richtige. Keine Ahnung. Eine, wo Menschen mit sich selber experimentiert haben, bis zu einem Moment, wo sie das Gefühl haben, jetzt beginnt das Geheimnis. Und das müssen Sie jedem lassen. Das will ich gar nicht besprechen. Also auch ein Operateur, ein Toller, wird Ihnen seine Art zu operieren in verschiedenen Punkten nicht darlegen können. Wissen Sie warum? Weil er es selber nicht weiß. Aber es ist etwas. Und das haben Sie selber auch. Plötzlich ist ein Moment, da haben wir keine Ahnung mehr, warum in Kaorle damals diese zwei Minuten, wo der vorbeigegangen ist und dann ist der Tragenflieger nicht hoch reingeplatscht und ist plötzlich wieder so dagestanden. Also ich mache jetzt ein bisschen hier Theatervorstellung. Es ist alles natürlich nur Spiel. Aber jetzt muss ich Sie ein bisschen festnageln, weil jetzt sind Sie natürlich ausgewichen. Sie haben eigentlich zwei Antworten gegeben. Sie haben einerseits gesagt, man muss jedem Künstler sein Geheimnis lassen. Sie verraten es mir nicht. Andererseits haben Sie gesagt, Sie wissen es selber gar nicht so recht. Ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ja, was ist es? Das beiden wollen Sie es nicht sagen oder wissen Sie es gar nicht so recht? Nein, das ist es auch nicht. Ich meine, Sie sind dazu da, mich anzuschauen, wenn Sie Lust haben. Und dann können Sie ja irgendwie eine Meinung dazu bilden und nicht eine Meinung zu mir als Person. Auch, weil ich bin es ja ich. Also insofern sehen Sie eigentlich immer mich. Ich bin einer der wenigen, der das gerne zugibt und mir noch nie eingebildet habe, dass ich Wallenstein bin oder Amlet war oder Romeo. Sondern es ist natürlich durch meine Brille und hoffentlich von Shakespeare oder von einem anderen Großen. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt immer nur Klassiker meine oder die alten Griechen oder Sophocles, sondern durchaus Menschen von heute, die auch schreiben, auch zeitgenössische. Über die spreche ich lieber nicht, weil ich niemanden falsch hervorheben möchte. Aber Sie haben Shakespeare erwähnt. Und Shakespeare ist Ihnen ja sehr, sehr nah. Sie haben einmal auch gesagt, Shakespeare ist unerreicht. Diese These stimmt auch für Sie. Und es sei unglaublich schwierig, sich Shakespeare vom Leib zu halten. Habe ich gesagt? Ja, in einem Text beschrieben. Was meinen Sie damit? Naja, also ich habe das Gefühl, das klingt jetzt so, als hätte er nur mit mir zu tun. Nein, wenn ich sage, er kennt mich so gut, dann meine ich, er kennt uns Menschen so gut. Also nicht, dass man mir jetzt sagt, ich habe dauernd Kontakt mit ihm oder er hatte mich schon gekannt, wie er die Stücke geschrieben hat. Nein, das ist das Interessante. Wo immer Shakespeare interessant ist auch, dass er zum Beispiel in Deutschland viel, viel öfter gespielt wird als in Frankreich. Das hat sicherlich auch mit der Übersetzung zu tun, dass im Französischen das nachzuempfinden sprachlich vielleicht schwieriger ist. Und also im Deutschen, also der Schlegel-Tieg hat da eine Riesengeschichte zustande gebracht, dass man fast glaubt, der Shakespeare ist ein deutschsprachiger Autor. Aber nur durch die Übersetzung. Leider ist natürlich auch in den Übersetzungen verloren gegangen die Gewalttätigkeit seiner Sprache und seiner Situationen. Das ist eine Schrecklichkeit gelegentlich, ja, eine Schrecklichkeit, aus der eine Riesenromanze entstehen kann. Also ich habe noch nie ein Stück so toll empfunden als den Sommernachtstraum, wo der Krieg, das Umbringen, dass der Hass im Einzelnen so groß wird und umschlagen kann in... Da haben wir wieder Gurt. Indie. Indie romantisch. Und nur mit diesen Dingen kann ich arbeiten. Kann man das von Shakespeare lernen? Das können Sie von meinem Opa lernen. Vielleicht nicht so toll wie von Shakespeare, aber so wie man sich verhält im Leben, können Sie von den Menschen lernen. Glauben Sie, alle sind auch unfreiwillig, sehr hilfreich. Jetzt am Flughafen, zwei Leute haben mir was runtergefallen, haben wir plötzlich, weiss ich gar nicht, und das ist ein Lächeln und man geht schon wieder weiter und man geht, aha, wo ist das Fernsehstudio, ah, in der Fernsehstrasse sowieso. Also man ist guter Laune, ne? Also wunderbar. Jetzt haben wir über die verschiedenen Rollen gesprochen, über das Theaterspiel. Natürlich drängt sich irgendwann die Frage auf, hinter all diesen Rollen gibt es ja auch die echte Person. Die echte Person Klaus-Maria Brandauer, auch meine echte Person. Und es gibt ja heute diese Tendenz dazu, dass man sagt, man möchte sich selber suchen, sich selber verwirklichen. Glauben Sie, es gibt so etwas wie eine Echtheit im Menschen? Naja, natürlich. Also erstens mal sind wir auf der Welt, um nicht zunächst ich selbst zu sein, sondern aufgrund von Bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub dreht sich alles und das ist der Gescheiteste. Und wenn er nur so, dann kriegt er schon das Fläschchen und so weiter. Und dann geht es weiter. Also wir werden natürlich schon irgendwie vorgebildet. Und wie weit wir vorgebildet sind, im Guten wie im Schlechten, darum gibt es ja zumindest in den christlichen Religionen die Erbsünde. Auf die kann man sich jederzeit berufen. Ich bin leider so und so geworden, weil ich habe ja irgendwas... Eine schöne Entschuldigung. Eine schöne Entschuldigung, so soll es nicht sein. Und es ist durchaus möglich, dass es so ist. Denn wenn wir alles andere erben, kann es ja auch sein, dass wir gedankliche Grundsätze, körperliche Gehirnbindungen mehr oder weniger haben oder irgendetwas, was davon abhängig ist, ob wir gut oder böse werden. Also ist Echtheit eine Fiktion? Nein, Echtheit ist überhaupt keine Fiktion. Aber so wie ich glaube, alles nur im Augenblick wahr ist, so nämlich wahr, dass man es in zehn Minuten nicht mehr so hinkriegt, sondern nur mehr interpretieren kann. Das ist vielleicht auch das Fantastische, Faszinierende und auch vielleicht der Fluch unseres Lebens. Zweitens sind wir natürlich ständig auf der Suche. Und schön wäre natürlich, wenn wir zu Erkenntnissen kommen, dass wir nicht durch Zufall kommen, sondern durch unseren eigenen Apparat. Aber wie soll man da hinkommen? Wie durch den eigenen Apparat? Dass wir selber entscheiden, was wir wollen in unserem Leben. Ja, entscheiden können Sie schon. Wie oft habe ich entschieden und ich bin ganz sicher, ich sage es nicht jedem, es war falsch oder nur halbrichtig. Also ich komme mit diesen Dingen nicht weiter, es tut mir furchtbar leid und das darf ich jetzt bereits in meinem Alter sagen, sondern ich sage noch einmal, das Ungefähre, das Nicht-Ganz-Richtige, das über das Eck, über die Bande ist etwas, wo ich glaube, ich selber weiterkomme, was nicht bedeutet, dass ich nach reiflichen Überlegungen Entscheidungen treffe. Wissen Sie, das ist ja eine grundphilosophische Haltung, die mir sehr gefällt und auch imponiert, dass man zweifelt, strauchelt, scheitert, sich doch wieder etwas zusammenzimmert und weitermacht. Mich interessiert aber trotzdem auch diese Vorstellung, die beispielsweise Epictet zum Ausdruck gebracht hat. Diese Idee, bedenke, dass du nur ein Schauspieler bist in einem Spiel, das der Spielleiter bestimmt. Also diese Vorstellung ist mir möglich. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt Ihnen gar nicht. Ja, weil Sie nehmen, das ist ja noch der grössere Rückschritt. Jetzt sind Sie plötzlich nur ein Schauspieler von einem, der Sie bestimmt. Noch mehr Entschuldigung? Nein, das ist mir vollkommen wurscht. Das würde die Möglichkeit, dass es einen Gott gibt, ja völlig ad absurdum führen. Warum? Das könnte doch der Spielleiter sein. Nein, der Spielleiter, das ist er nicht. Der weiss es nur, dass Sie sich so und so entscheiden. Ja, da ist es viel höher als das, was Sie gesagt haben. Sondern dann ist es einfach so, dass Sie sich selbst aufgeben, weil ein anderer die Fäden sieht. Dann wären Sie ja nie Mensch. Das heisst, Sie wollen Gott retten und doch die Freiheit. Ja, wenn es geht. Ja, bitte. Und ich bin ununterbrochen unterwegs und tue unterbrochen Zweifeln. Ja, das will ich. Das will ich, das schaue ich mir an. Denn ich habe absolut immer wieder das Gefühl, dass mich etwas beseelt, das nicht von dieser Welt ist. Und natürlich manchmal, du kleiner Scheißer, ja, was soll ich machen? Aber dort will ich ran. Manchmal ist es zu ekstatisch, manchmal zu explosiv. Aber anders ist es nicht. Denn Kunst kommt aus dem Feuer. Wo soll sie sonst herkommen? Aus dem Konsum vielleicht? Kunst kommt aus dem Feuer. Aus. In diesem Moment, Herr Brandauer, da faszinieren Sie mich auch extrem. Weil ich glaube, es ist ja genau dieser Zwiespalt, aus dem Sie vielleicht auch Ihre grosse Kunst schöpfen. Einerseits die Freiheit retten zu wollen und Gott retten zu wollen und in diesem Zwiespalt seine Welt zusammenzuzimmern. In einem Interview haben Sie mal etwas gesagt, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Schauen Sie. Ja? Sie glänzt nicht mehr so schön, aber Sie haben mal gesagt, dass Sie glänzende Kastanien aufheben müssen, weil Sie wie Talismane sind. Und das geht mir genauso. Ich habe noch eine gefunden gestern allerdings, deswegen glänzt sie nicht mehr so schön. Ist noch gut genug. Hat nicht das auch was mit diesem Ringen zu tun? Man ist in dieser eigentlich festgezurrten Welt. Alles Fakten, Dinge, von denen wir denken, die laufen einfach so und dann sieht man die Kastanie und denkt, guck mal an, kann kein Zufall sein, ist ein Talisman, stecke ich mir ein. Stecke ich mir ein. Ja. Danke vielmals. Wofür brauchen Sie denn Talisman? Da ich unglaublich fähig bin zum Glauben, bin ich natürlich auch unglaublich fähig zum Unglauben, zum Zweifel, zu entrischen Dingen, denen bin ich besonders zugetan. Ich, äh, die Vielschichtigkeit, die vielen Schleier. Ich brauche das. Aber ich brauche nicht Kastanien, sondern ich brauche sie so überreicht. Durch Zufall, durch Bedacht, durch Erinnerung. Das ist doch unglaublich lieb von Ihnen, muss ich sagen. Das gefällt mir so gut. Also, und manchmal liegt einem einfach rum. Und dann glänzt sie gar nicht. Und wissen Sie was? Ich nehme sie trotzdem. Nehmen Sie sie trotzdem? Mhm. Es gibt noch was anderes, was mich interessiert an den Kastanien, habe ich auch mitgenommen. Schauen Sie mal. Die Schale, die ist natürlich stachelig, aber das ist gar nicht die Stacheln, die mich faszinieren. Was mich immer interessiert an den Kastanien, ist, wie die zerbrechen. Die haben ja so Sollbruchstellen. Und allein schon der Begriff der Sollbruchstelle, dass etwas da bricht, wo es brechen soll, dieser Begriff, der lässt mich schon seit Jahren nicht mehr los. Die Sollbruchstelle. Ich frage mich die ganze Zeit, haben wir Menschen Sollbruchstellen? Gibt es solche Risse in uns drin, wo klar ist, da müssen die auch einfach mal brechen? Naja, dass die Frage ist, ob der Bruch dann etwas ist, was Sie grundsätzlich total verändert oder was Sie weiterbringt. Wissen Sie, ich habe mal eine Vase, eine chinesische Vase. Die war bestimmt teuer. Ja, das gehörte nicht, das war bei einem Besuch umgeschmissen. Und dann habe ich, weil wir auch schon ein bisschen was getrunken haben, gesagt, macht sie halt, pickt sie halt wieder zusammen. Das wurde auch gemacht. Und die Vase ist für mein Gefühl, das ist viele Jahre her, noch toller geworden. Weil es ist dieselbe Vase. Aber man sieht die Bruchstellen. Es ist auch das kittbar, wieder vereinbar. Die Bruch, die Sollbruchstellen, ist ein Auftrag. Aber es wieder zusammenzubringen, ist auch ein Auftrag. Und vielleicht die Lösung. Vielleicht die Lösung. Ja, da muss ich jetzt länger drüber nachdenken. Vielleicht schreibe ich Ihnen, wenn ich länger drüber nachgedacht habe. Bitte. Lassen Sie mich zum Schluss noch mal zu Shakespeare zurückkommen, weil mich das immer so beschäftigt hat. Diese Vorstellung bei Shakespeare, die Sie viel, viel besser kennen als ich, dass die ganze Welt eine Bühne ist, auf der wir auftreten und irgendwann wieder abtreten. Das hat ja auch nicht nur dieses Moment, dass wir wissen, wir kommen, wir spielen unser Leben und wir gehen wieder. Sondern es hat doch auch dieses Moment, dass man denkt, es kommen alle Figuren immer wieder. Vielleicht entwickeln wir uns gar nicht so sehr. Und das geht vielleicht zurück an den Anfang unseres Gesprächs. Irgendwie haben wir diesen Krieg in uns. Es kommt das immer wieder Gleiche. Ist das ein Stück weit auch das, was bei Shakespeare anklingt? Die Welt, die ist einfach so, wie sie ist. Sie entwickelt sich nicht wirklich. Wir haben die immer gleichen Rollen, die wir wieder neu spielen. Dieser Moment, dass mir das bewusst wird, immer mehr, vor dem fürchte ich mich schon seit über 60 Jahren, seit ich das Gymnasium verlassen habe. Ich fürchte mich davor, dass es so sein wird, dass ich denke, selbst in einer fantastischen Form der ewigen Wiedergeburten und Wiedergeburten und so weiter, dass unser Auftrag gar nicht ist, irgendetwas zu verändern. Das kann ja sein. Nur dagegen halte ich, dass es in allen Bereichen unglaubliche Fortschritte gibt. Technik, Medizin und so weiter. Im Aufschreiben, im Zusammenleben, im Denken, im Singen, im Miteinander-Australien, im menschlichen Bereich, gibt es kaum was anderes. Nichts. Es gibt nichts unter uns, zu zweit nicht und miteinander nicht, was nicht... Schon gemacht wurde, schon gedacht wurde. Ja, auch bei den Autoren, sie sollen sich bitte, um Gottes Willen, nichts einbilden. Manchmal habe ich das, habe ich schon gelesen. Es ist Erstausgabe. Oder manchmal, wenn es mir nicht gefällt, mache ich mir die nächsten Seiten allein und schreibe es mir allein weiter, das Buch. Oder manchmal habe ich es nicht verstanden. Wenn ich sehr nett bin, blätter ich zurück. Aber auch, ich habe immer wieder das Gefühl, aber nicht, weil ich so viel gelesen und so gescheit bin, das Gefühl kenne ich, weiß ich, woher. Und das ist das Aufregende. Es wird mich hoffentlich nicht erwischen, dass ich sage, ich reproduziere die ganze Zeit, was eh schon immer gemacht wurde. Ich möchte das immer wieder haben, den Riss. Den möchte ich immer wieder haben, weil sonst, ich weiß zwar nicht, wie es dann ist, kann ja, oh, vielleicht schiebt sich mir das herein, was ich in einem Film vor einiger Zeit dargestellt habe, dass man mir dann plötzlich sagt, ich bin dement und ungenauber und alles Mögliche, vielleicht sogar eigentlich, wird man in Jahrzehnten sagen, der ist eigentlich klinisch tot, weil jemand, der sich nicht mehr erinnert, der lebt ja gar nicht mehr, wovon ich überzeugt bin. Jemand, der sich nicht mehr erinnern kann, hat kein Leben mehr. Sie sprechen vom Film die Auslöschung, als Sie Alzheimerkrank, ein Alzheimerkrankes spielten. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ausgelöscht werde, im Gegenteil, ich empfand auch während dieser Dreharbeiten immer wunderbare Momente und leider ging ja der Film nicht dorthin, wo ich ihn gerne hingehabt hätte, also nicht, habe ich nicht gefordert oder so, aber sowas möchte ich noch mal versuchen, in das Stadium danach, also wo man sich nicht umbringen lässt oder umbringt, sondern was ist da? Ich kann mir nicht vorstellen. Weil der Film endet ja mit einem... Ja, ich habe den Walter Jens in einem Film gesehen, der so herumgefahren wurde und ich kannte den ganz gut, er hat zweimal etwas geschrieben, was ich dann als Konzert mit Musik aufgeführt habe und ein ganz unglaublicher Mann, dem ich leider zu wenig begegnet bin, aber ich hatte immer das Gefühl, der ist eh vollkommen da und dafür bin ich. Der ist, solange er da ist, da und hat dieselben Gedanken wie wir. Das nehme ich als Schluss. Herr Brandauer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich war sehr, sehr gern hier bei Ihnen. Das freut mich. Dankeschön.